Hallo meine lieben Freunde, wir sind zurück. Draußen ist es hell, wir brauchen Zuckerrohr. Dieses verdammte Zuckerrohr wächst einfach nicht. Naja, hier haben wir schon mal unseren kleinen Turm. Ostern ist vorbei, wir wollen wieder arbeiten. Hat Spaß gemacht, mal wieder mit den Kollegen. Und dann spielen wir jetzt eine Runde Minecraft. Gleich kommt Schirmwitz, legt ihr Frauen. Wir haben da ein Zuckerrohr, warum haben wir das denn nicht? Wir haben immer noch nicht genug Leder. Uns fehlt noch Leder. Warum will ich denn nicht Leder holen? Ah, da Zuckerrohr. So, dann gucken wir mal, ob vielleicht noch irgendwo Kühe zu finden sind. Da hinten ist auf jeden Fall Zuckerrohr, das hole ich mir noch. Und dann muss es doch irgendwo verdammte Kühe geben. Kann doch nicht so schwer sein. Dass ich daran wieder scheitere, dass ich keinen Zaubertisch machen kann. Oh, ein paar Eier einsammeln, wenn wir schon mal unterwegs sind. Mit vergleichend eine kleine Hühnchenfarm machen kann. Schadet ihr nicht. Also. Wunderbar. Hühner sind überall. Aber keine Kühe. Ich brauche aber noch mal ein paar Kühe, ey. Nicht so viele. Es reichen ungefähr 10 Stück, denn habe ich genug. Auch hier noch mal kurz am Wasser gucken. Ob wir was finden. Ich denke nicht. Bis jetzt leidendes Innere gehen. Und dann kehren wir wieder zurück. Weil wir wieder erfolglos unterwegs waren. Da ist immer ein Ei. Schadet ja nicht. So. Hühner, Hühner, Hühner. Aber keine Kühe. Ich habe kein Essen mit. Deswegen war ich eben zu Hause, weil ich Essen holen wollte. Ich Idiot. Hallo. Da mache ich ein paar Hühner tot. Dass ich die essen kann. Bevor ich hier verhungere. Das wäre tödlich. So. Aber ich sehe auch überhaupt. Keine Hühner. Und keine Kühe. Warum sage ich immer Hühner, wenn ich Kühe meine? Ich Idiot. Ich weiß nicht. So. Schauen wir mal. Gleich können wir nicht mehr sprinten. Töten wir hier vorne noch ein paar Hühner. Ein Schaf. Schafe kann ich sofort essen. Absolut erfolglos. Keine Kühe. Nur Hühner. Und so. Reicht dann auch. Uh. Fortschrittliches Handwerk. Yeah. So. Machen wir mal den Ofen. Okay. Wir packen den hier hin. Packen das Fleisch da rein. Und lassen es braten. Da fehlen noch mal ein paar Bäume, damit wir auch Holz haben. Solange wie das Fleisch brät. Sollte ja nicht zu lange dauern. Sollte nicht zu lange dauern. Dauert aber zu lang. Nervig. Okay. Sollte nicht zu lange dauern. Das muss nicht schön werden. Hier kommen wir nie wieder hin. Zack. Erst noch ein bisschen. Und dann gehen wir nach Hause. Sollte. Sollte. Blöden Hühner nehme ich jetzt mit. Einfach weil ich gefrustet bin. Ich fahre hin und ich. Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall sind Hühner hier. Ihr wollt mich doch ärgern. Macht ihr mit Absicht? Och. Och. Da sind wir zu Hause. Das ging ganz schnell. Versuchen wir nächstes Mal die andere Richtung. Ich schwimme nochmal rüber. Ein bisschen Zuckerrohr hier noch anbauen können. Und dann hoffen wir, dass bald wieder Kühel spawnen. Und dann die. Zuckerrohr reicht mittlerweile fast. So. Es wird auch dunkel. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn es heißt. Minecraft.